Ja, Wiggle Update ist auch drin, aber ich habe es noch nicht ausprobiert, weil ich noch keine Survivor Lobby gefunden hatte. Es hat mir zu lange gedauert vorhin. Hier sind Vögel geflogen und ich sehe auch Spuren. Okay, ich hole mir mal die Karte da. Ey, geh weg da. Ich will. Danke. Ja, danke. Nice. Boah, Survivor spielen, sagst du? Verdammt. Was war denn das für ein Geräusch? Ja, kann ich eigentlich tun. So. Ach, ja, hier habe ich ja Ruin drauf jetzt, okay. Deswegen ist der Genier wieder auf Null. Boing. Das geht ab. Ach so, warte mal. Das war mein eigener roter Umschlag, ne? Hört dann hier kein anderer ein? Hi, Meg. Verdammt. Hast du mich gerade von der Seite geblendet? Megan? Das ist nicht okay, Megan. Der war auch nicht gut. Okay, die Megan ist so auf meinem Level. Patsch, Junge. Kriegst du meinen Yoda-Stock ab? Da hinten sitzen sie alle. Ihr Schweine, ja? Zu zweit am Gen sitzen. Dit kann ich ja leiden. Ah, guckt. Ja, mein Umschlag aber auch schon wieder eingesammelt. Denn ich habe diese Aura wieder. Gucken, ob es dann schon den nächsten Skin gibt. Okay. Fuck, voll vorbeigelaufen. Ich habe gerade einen gesehen. Nee, ne? Hey, Nia. Ja, moin. Ah, voll verkackt. Kam so ein bisschen früh die Ecke von dem komischen Heuball. Ach, Meg. Was machst du denn schon wieder hier? Die hat jetzt nicht echt gerade... ...die Palette gedroppt. Ich meine, mir ist recht, ne? Wenn sie so spielen will. Spielen! Wird doch so. Blödes Deadheart. Ich habe auch noch nicht gemerkt, ob sie das jetzt gefixt haben mit Deadheart. Warte mal, warte mal, warte mal, hier sind Spuren. Wo kamen die Spuren jetzt her? Muss doch die Nia noch da gewesen sein. Naja. Er ist fertig geworden. Da, ist fertig geworden. Das war Knappjes. Och, Meg, du schon wieder. Geht deine Taschenlampe etwa nicht mehr? Oh, das tut mir aber leid. Okay. Okay. Wo kommt sie denn her? Die ist ja voll gerade reingerannt. Und wo ist sie hin? Schnell wie der Blitz. Junge! Was ist das? So ein weirder Abstieg. Ich glaube die spielen noch nicht so lange. Okay, das muss ich mir merken, dass das eine Struktur ist, wo man noch so rumslidet. Davidee! Batsch, Junge! Auf die Phrase! Ja, dass die Palette hier weg ist, da könnt ihr euch bei der Mac bedanken. Ja, duck dich vor mir. Sehr, sehr gut. Da kann ich dich nicht sehen. Okay. Okay. Ich hätte einfach hinterher gehen können. Weißt du, ich dachte der macht noch so ein bisschen... Okay. Ich gucke von wo er kommen könnte. Hier sind Spuren. Okay. Nett. Okay. Nett. Ich bin ja auch ärgerlich. Die hing bloß einmal und ist instant tot. Armes Mädel. Nice. Neun Kills. Ah, was fanden die denn so schönes? Ja, wild.